Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, schau mal, wir sind hier auf einer richtig doll süßen Welt. Hier leben einfach kleine Blocktierchen. Und warte mal, ich habe hier hinten schon eins entdeckt. Warte mal, du bist ein kleines Blocktierchen. Hallöchen. Hallo. Oh, er guckt ins Fenster rein. Hallo, warte mal. Ich nehme dich einfach mit und, warte mal, er folgt mir. Das ist so süß, tatsächlich. Oh, das kleine Blocktierchen ist richtig, richtig doll süß. Und Moment bei Katja, wir haben hier vorne wirklich richtig doll viele Gehege, wo wir einen kleinen Zoo mit dem Blocktierchen machen können. Und Moment mal, der Kleine kommt jetzt hier rein. Und dann haben wir unseren ersten kleinen Block, naja, in unserem Blockzoo. Oh, das ist so süß, die Tierchen sind so cute. Und schau mal, wir haben hier auf der Welt so viele Blocktierchen. Es gibt sogar ein Honigblocktier oder vielleicht sogar ein Schwamm oder Seetang sogar oder Lava. Das ist so nice, sogar ein Slimey. Oh, das stimmt, wie süß. Und schau mal, Katja, ich habe eine kleine Schere und kann damit den kleinen Block ein bisschen scheren. Schau mal. Oh, seine Haare sind jetzt einfach weg. Und Moment mal, Epic, ich habe gesehen, wir haben hier schon jemanden, der bei uns wohnt. Hi. Hallöchen, Moment mal, wie süß ist das denn? Wir haben ein kleines rotes Sandstown-Tierchen. Oh, so cool. Und es gibt sogar TNT-Tierchen. Stimmt. Und auch, naja, ein Diamanttier. Oh, das ist so nice. Und Katja, wir müssen unbedingt alle kleinen süßen Tierchen finden. Oh, stimmt. Das ist jetzt hier unsere Aufgabe. Das heißt, wir begeben uns mal von unserem Zoo ein bisschen weg. Und schauen mal, was wir alles für Tierchen finden. Vielleicht sind sogar hier ganz in der Nähe schon welche. Dann müssen wir gar nicht mehr so weit laufen. Warte mal. Ich sehe, ich sehe da hinten was. Ich sehe da hinten, glaube ich, ein Steintierchen. Hallo, Steinklok-Tierchen. Oh. Hier ist ein Grastierchen hier unten, Katja. Oh, wie süß. Moment mal. Wie süß. Sehr cool. Und Moment mal, die folgen uns sogar, naja, wenn wir auch deren Block nehmen. Du kannst vielleicht einfach mal ein bisschen Gras nehmen. Ich glaube, dann folgt er dir auch sofort. Oh, das stimmt. Das ist wirklich richtig, richtig doll nice. Moment mal. Da könnte ich das hier abbauen. So, zack, zack, zack. Und bitte mitkommt, kleines Grastierchen. Wo ist denn das? Das ist, glaube ich, in die Höhle reingelaufen. Oh, nein. Hier unten in der Höhle. Hallo. Moment mal. So und so. Bitte mitkommt, marsch, marsch. Richtig, richtig doll süß. Oh, es folgt dir. Okay, warte mal. Wollen wir die erstmal auch wieder zurück in den Zoo bringen? Und dann können wir uns ein bisschen weiter umschauen. Wir müssen auf jeden Fall eine Höhle finden. Und vielleicht irgendwie noch ein anderes Biom. Das wäre ganz süß. Und hey, haben wir die Tür offen gelassen? Oder ist es ein neuer? Warte mal. Ähm, Epic? Ja? Wo ist mein Steintierchen? Oh, oh. Alter, was ist denn hier los? Die brechen hier alle aus insgesamt. Moment mal. Ich seh das. Ich hab ein kleines Grastierchen. Oh, das kommt auch hier rein. Sehr süß. Komm, ein kleines Grastierchen. Oh, das Blättertierchen ist einfach ausgebrochen. Oh, nein. Moment mal. Wo gehörst du? Da hin. Zack. Okay, warte mal. Dann hol ich das Blättertierchen wieder zurück, marsch, marsch. Hey, du kleine Ausbrecher. Wo ist denn das hingelaufen? So und so und so. Ach, Mann. Okay, warte mal. Dann gehen wir jetzt wieder zurück und gucken mal, was wir noch so finden. Wir haben jetzt schon mal zwei neue auf jeden Fall. Das ist so, so cute mit den ganzen Blocktierchen. Warte mal. Ich würde sagen, wir laufen mal hier lang und gucken mal, dass wir vielleicht ein bisschen in der Nähe vom Zoo bleiben. Und ich bin sehr gespannt, was wir noch alles finden werden. Oh, ja. Vielleicht finden wir noch ein kleines Schneetierchen. Das wäre so süß. Oder eins aus der Wüste. Oder sogar ein kleines Kaktusmännchen. Und Moment mal. Wir müssen auch wirklich richtig tief in die Höhle runter, um alle zu finden. Hi. Oh, ja. Da hast du recht. Oh, hier sind ganz viele Blättertierchen. Oh, da ist auch noch eins. Oh, da ist Sand. Moment mal, Epic. Ich glaube, ich sehe ein Sandtierchen. Oh, das ist ein Sandblock. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das ist nur ein Block. Naja, okay. Warte mal. Vielleicht ist hier aber noch irgendwas. Und ich hätte so, so gerne das Honigblocktierchen. Oh, das stimmt. Das sah richtig doll süß aus. Okay, warte mal. Dann geht es hier weiter. Ist hier noch ein kleines Tierchen? Aber ich glaube... Nein, 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 nein. Ich sehe hier weiter und breit ganz und gar nichts. Okay. Dann geht es hier weiter. Hallo, Katja. Wo ist los? Okay, warte mal. Hä? Hier sehe ich auch kein kleines Tierchen. Ist hier was? Aber... Warte mal, Katja. Wir könnten hier in die Höhle reingehen. Und vielleicht finden wir hier ein kleines Tierchen. Hier ist ein kleines Steinktierchen. Auf jeden Fall. Schau mal. Hi. Wie süß. Hallo. Okay. Dann geht es hier weiter nach unten. Oh, es ist so dunkel. Oh, oh. Okay, warte mal. Sind hier kleine Tierchen? Nein. Hier geht es nicht weiter. Ach, Mann. Epic. Was ist das denn? Moment mal. Ist das ein Bücherregaltierchen? Oh, mein Gott. Wie süß ist das. Guck es dir an. Hallo. Oh, mein Gott. Wie cute. Sehr cool. Wir haben einfach ein Bücherregaltierchen gefunden. Ach, Mann. Okay, warte mal. Dann schaue ich hier noch ein bisschen in die Höhle rein. Ja. Vielleicht finde ich hier noch ein kleines, naja, Eisentierchen oder Kohletierchen. Aber, Moment mal. Ich habe ein TNT-Tierchen gefunden. Was? Ich habe mich richtig doll erschrocken insgesamt. Oh, oh. Das kann explodieren, gell? Wir müssen richtig doll aufpassen. Moment mal. Bitte mitkommen, kleines TNT-Tierchen. Okay. Dann geht es hier nach oben. Dann geht es hier weiter. Wie süß. Als ob du das gefunden hast. So, mit dir ist lang. Oh, so süß. Ich hätte es auch gern gefunden. Richtig doll cool. Okay, warte mal. Dann können wir dir in unseren richtig doll süßen Zoo bringen. So, bitte hier mitkommen. Ja, aber voll nice. Mit dem Bücherregal-Tierchen auch noch. Oh. Epic. Ja? Ich habe hier noch ein Honig-Tierchen gefunden. Kann ich beide nehmen? Oh, ja. Wie süß. Moment mal, Alter. Und man kann durch das Honig-Tierchen durchschauen. Guck mal. Ja, das ist richtig doll süß. Ah, das ist bestimmt auch wirklich süß. Also jetzt so vom Geschmack her. Okay, warte mal. Ein Bücherregal. Wo haben wir hier ein Bücherregal? Okay, warte mal. Hier ist auf jeden Fall, glaube ich, der Honig-Block. Ja. Und das Bücherregal-Tierchen. Warte mal. So, ihr kommt jetzt erst mal zusammen hier rein. Und bitte zumachen. Und zumachen, ja. Und. Oh. So. Und das Bücherregal-Tierchen. Ja, das weiß ich noch gar nicht so recht. Wo kommt denn das hin? Oh, warte mal. Das kommt auch hier rein. Okay, bitte reinkommen. Oh. Oh, sehr nice. Moment mal. Ich habe es gar nicht an der Leine. Oh, da wollte ich ausbrechen. Was ist denn hier los? Ähm. Sehr süß. So, warte mal. Jetzt muss ich noch einmal kurz hier raus. Bitte. Ui. Oh, sehr gut. Okay, warte mal. Das TNT-Tierchen ist hier auch schon. Hoffentlich sprengt es sich nicht irgendwie. Oh, das stimmt. Da müssen wir richtig doll gut drauf aufpassen. Okay, warte mal, Katja. Wollen wir vielleicht in ein Eisbiom? Dann finden wir das Schneetierchen und das Eistierchen. Das wäre so süß. Stimmt. Sehr gute Idee. Oh nein, Epic. Was ist denn hier los? Hier ist eine ganze Versammlung. Oh, da hinten ist Kohle, Epic, glaube ich. Okay, warte mal. Ich nehme hier nochmal den anderen Honigblock mit. Und du nimmst da hinten den Kohleblock mit. Oh ja, wie süß. Guck mal, Katja, was ist denn hier los? Hier sind so doll viele kleine Tierchen. Und ich habe ein Sandtierchen gefunden, glaube ich. Oh, stimmt. Nice. Oh, wie cool ist das denn? Hier sind so viele. Was machen die denn hier? Oh, wie süß. Moment mal, Katja. Wo bist du denn? Oh, du bist da hinten. Hallo. Oh, da unten ist auch, glaube ich, nochmal Kohle und nochmal so ein Honigblock. So ein anderer. Okay, sehr gut. Hallo, Katja, schau mal. Oh, sie gehen jetzt schwimmen. Ach man, okay, warte mal. Dann bringe ich sie auf jeden Fall in den Zoo. Oh, die sind wirklich richtig, richtig doll süß. Und die sehen wirklich richtig ja lustig aus. Diese kleinen Blöcke mit den kleinen Ärmchen. Ach man, okay. Das geht's. So, ab in den Zoo, bitte schön. Einer, du hast einen verloren. Ich nehme ihn mit. Oh nein. Oh, ich kann ihn nicht noch mitnehmen. Doch, ich kann ihn mitnehmen. Okay, jetzt geht's rund. Oh, Katja, wie süß ist das denn? Das ist alles, das ist meine kleinen Kinderchen. Guckst du dir an. Okay, komm mit, kleiner Kohleblock. Wie süß. Okay. Der ist so cute. Dann geht es hier entlang. So und so und so. Und Moment mal, Katja. Die Ammchen. Der Kohleblock kommt, glaube ich, hier rein. Ja, tatsächlich. Bitte hier reinkommen. Und zack. Oh, nein, 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 Honig, Honig, Honig. Ich habe meinen Honigblock verloren. So, warte mal. Du kommst wieder mit. Okay, warte mal. Vielleicht lasse ich einen los. Ich weiß nicht ganz, woher, wo du hingehörst. Guck mal. Ich glaube, ansonsten gehören viele oder zumindest eher auch noch hier rein. So, bitte mitkommen. Okay, so, jetzt sind alle unsere Blocktierchen drin. Oh, der zufüllt sich. Okay, jetzt suchen wir aber das Eisbiom. Oh, Effekt, wir sind endlich in einem Schneebiom. Und hier haben wir schon den ersten Schneeblock. Oh, so süß. Okay, wir sind einfach so lange gelaufen. Okay, ich glaube, es gibt auch noch ein kleines Eisblocktierchen. Und ich mag gar nicht dieses Geräusch, wenn man hier irgendwie auf dem Schnee rumläuft. Ich finde das voll schrecklich. Ach man, okay, warte mal. Ist hier irgendwo das kleine Eisblocktierchen? Hier ist noch ein kleines Schneetierchen. Eisblocktierchen, wo bist du insgesamt? Ich glaube, das ist auch ein anderes. Oh, Epic. Moment mal. Das sind Babyblocktierchen. Oh, hallo. Wie süß. Sind das ja so klein. Okay, warte mal. Ich gehe mal kurz hier rein, aber hier sehe ich auch nichts. Nee, ich sehe hier auch noch nichts. Vor allem, wir müssen auch mit den Tierchen dann wieder zurücklaufen. Das ist auch richtig doll anstrengend. Oh, das stimmt. Okay, warte mal. Ich laufe mal hier auf dem Eis entlang. Vielleicht ist hier ein kleines Eistierchen, aber hier sehe ich auf jeden Fall schon mal nichts insgesamt. Da geht es hier weiter. Ist hier ein kleines Eistierchen. Hallöchen. Hier ist vor allem wieder die Wüste ganz nebendran. Ich weiß nicht. Das sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Oh, schau mal, Katja. Ich habe hier ein kleines Eistierchen gefunden. Oh, du hast eins gefunden? Ja, das sieht so süß aus. Okay, warte mal. Dann können wir hier nochmal ein bisschen rumlaufen. Ansonsten würde ich sagen, begeben wir uns auf den Heimweg. Aber ja, wir können echt lang laufen, ne? Oh, das stimmt. Und wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier ganz hinten. Ich habe mein Schneetierchen verloren. Da hinten ist es. Du bist ein kleiner Ausreißer. So, bitte mitkommen. Dankeschön. Oh, und wir sind wieder da. Warte mal. Das war so ein langer Weg. Aber jetzt haben wir auch endlich ein paar Tierblöckchen aus dem Schneebiom. So, nice. Okay, warte mal. Ich glaube, der eine, der kommt, also das Baby kommt, äh, vielleicht hier hinten hin, glaube ich. Warte mal. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Okay, mein Kleiner, du kommst mal hier mit. So, warte mal. Und zack, zack, zack. Dann lasse ich dich hier drin. Und das Schneeblöckchen kommt in das Schneebiom. Oh, sehr süß. Und schau mal, Katja, mein kleines Eisblöckchen habe ich hier auch schon reingemacht. Oh, so cool. Oh, das ist so cute. Vor allem, man kann da auch einfach wieder durchsehen. Oh, das stimmt. Oh, zack, sehr cool. Und wieder raus, bitte. Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir gucken noch mal, ob wir richtig süße Tierchen finden. Aber das ist ja so nice, dass auf der ganzen Minecraft-Welt hier so ganze Tierblöckchen rumlaufen. Oh, das stimmt. Los geht's. Und, Epic, Moment mal, wir gucken uns hier mal eine Höhle an. Ich glaube, die ist ein bisschen tiefer. Vielleicht finden wir hier irgendwie noch ein paar andere Blöcke. So, warte mal. Hm, hier ist Lava. Vielleicht finden wir einen Lava-Block. Das wäre cool. Okay, warte mal. Da geht's hier runter, oder? Einen richtig doll seltenen Diamant-Block. Das wäre auch richtig doll nice. Oh, hier geht's richtig weit. Oh, hier ist ein Eisenblock. Oh, und den haben wir auch noch nicht. So, warte mal. Ihr kommt schon mal mit. Und was haben wir noch? Ich hoffe, hier ist keine Sackgasse. Oh, hier geht's weiter. Das sieht sehr, sehr gut aus. Hier ist ein Felsspalz. Und warte mal. Sehen wir hier noch andere Blöcke insgesamt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hallo. Sind hier vielleicht noch Diamant-Blöcke? Das wäre so cool. Oh Gott, bitte nicht runterfallen, meine Freunde. Oh, oh. Okay, warte mal. Ich bringe nach unten, Katja. Bye, bye. Und plums. Oh Gott, oh Gott. Ich habe Diamanten gefunden. Ich glaube, der eine hat sich ein bisschen wehgetan. Oh, oh. Du hast Diamanten gefunden? Ja, hier vorne sind Diamanten. Aber hier sind leider keine Diamant-Blöcke insgesamt. Moment mal. Oh, nein. Die Diamanten baue ich ab. Ey, Pig, mein Eisenblock ist nicht mitgesprungen. Der steht da oben noch. Dööö. Ach, ich meine. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst, da runterzuspringen. Ja, ich merke das schon. Oh, oh. Okay, Epic. Unsere Ausbeute war nicht so gut. Ich meine... Wie jetzt? Wir sind da ganz nach unten gegangen. Und hier ist so ein Lava-Block-Tierchen. Komm bitte mit. Moment mal. Sind da noch welche? Hallo? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal. Es sind hier noch ein paar. Katja, ich habe ein Diamant-Block-Tierchen gefunden. Oh, wie süß. Das ist ja so cool. Okay, warte mal. Das ist ja cute. Hallo? Dann geht es hier noch weiter. Haben wir hier noch ein paar? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier geht es voll weit nach unten. Hier sehe ich gar nichts. Ist da hinten was? Oh Gott. Moment mal. Okay. Hier ist, glaube ich, schon mal nichts insgesamt. Warte mal. Aua. Wenn ich das Lava-Tierchen berühre, bekomme ich einfach Schmerzen. Oh, oh. Was ist das denn? Ein Baby-Iron-Tierchen. Oh. Und ich sollte mich wieder mit... Au. Mitnehmen. Das ist ja cute. Oh, hier ist die Felsspalte. Okay, warte mal. Wir sollten wieder zurück. Aua. Ja. Was soll ich machen? Okay. Das Lava-Tierchen ist ja richtig doll heiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir verbrennen uns daran einfach. Okay. Bitte mitkommt, kleines Diamant-Tierchen. Es geht wieder ab nach oben insgesamt. Au, so süß. Oh, richtig doll cute. So, dann geht es jetzt wieder hier nach draußen. Au. Sorry. Aua. Okay, warte mal. So und so. Bitte mitkommen. Und zack und zack. Autschi. Warum tut er dir denn so weh? Ach, das ist ein Quatschmacher insgesamt. Okay, warte mal. Und jetzt können wir wieder zurück zu unserem Zugehen. So nice. Moment mal. Ich sehe da hinten noch ein Tierchen. Aber was ist das? Warte mal. Oh. Epic. Ich glaube, das ist ein Kuchen. Oh, wie süß. Komm mit. Kuchen. Tatsächlich. Oh, wie cool ist das denn? Moment mal. Weil wir haben ein cooles Diamantmännchen, ein kleines Labermännchen, ein Kuchenmännchen und ein kleines süßes, naja, Eisenmännchen. So süß. Oh, das ist so lustig. Katja. Moment mal. Dein Labermännchen ist einfach ins Wasser geblieben und ist jetzt ein Obsidianblock. Nein, ich wollte doch ein Labermännchen. Ich nehme jetzt hier alle mit. Warte mal. Du kommst noch mit. Und die Katze kommt auch mit. Katze. Ja, Mann. Okay, Epic. Willst du mir vielleicht helfen mit meinen Blöckchen? Oh, natürlich. Okay, warte mal. Du riechst den Kuchen. Der Kuchen. Wo kommt der rein? Ich glaube, hier kommt der rein. Guck mal, Katja. Hier, bitteschön. Okay, warte mal. Oh, wie cool ist das denn, Katja? Jetzt haben wir alle süßen kleinen Tierchen. Und naja, hier in ihren Gehegen. Oh, ist das süß. Oh, das war richtig doll lustig. So viele Blöck-Tierchen. Und die sind alle wirklich so cute. Oh, das stimmt. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann das freie Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.